und für alle die neu sind es gibt punkte sowohl für jede runde die du abschließt mit einer guten platzierung also es werden meist 56 runden oder so gefahren jede runde die du dann auf dem ersten platz verbringst bekommt die maximal punkt zahl und dann je nachdem wie gut du bist bekommst halt unterschiedlich punkte für dein team oben in der mitte stehen die team punkt zahl sachen und wenn du jemanden raus ballast also komplett zerstörst bekommt auch noch mal punkte fürs team das ist halt auch eine valide taktik die beim letzten mal gefahren wurde schnelle leute an die spitze bringen und einer der alles weg ballert kann eine taktik sein also für die sachen gibt es punkte entweder gut fahren oder leute zerstören wie viele sind geplant drei fünf ich weiß wirklich nicht du hast mir nichts gesagt jetzt bin ich in der letzten reihe ich war von selbst raus ja ich hatte probleme mit dem kamera fahrzeug so einen schweren treffer bei nancy geben wir auch ein punkt ich habe rauskommt ne ne ich habe aber lieber in der kurve gebremst wenn du wenn du da rausgeschoben wird fliegst du ja gut plätze gut gemacht ich halte mich rechts in dieser kurve da bist du erster ja gerade schon okay damit ich schon dritte aus meiner perspektive was war da los ich dachte dass werden reifen durch dich durchfahren kann wenn ich kann nicht da sein ich bin erster das war ja das war sexuell moment wie könnt ihr so weit vorne sein ich bringe einfach fast wenn er deutlich sind erst dann zweiter ja moment ich bin auch da an und zieh nach links und das war stark stark das war guter schaden ich auch verfehlt das war schon mal ganz wir haben wir sind wir sind sehr gut dabei ich war die kurve ganz safe betarung mit dem ich rein nach quatsch hinter dir kommt also ich habe gut damage gemacht toni guck mal auf jens auto grün die müsste schon gut was abgekriegt haben hat mich recht fischkopf hat auch viel abbekommen also ich mach gut damage das ist aber was geht doch nicht sind ganz weit aber da kommen jetzt mich hat er ich habe mir deutsch aber da kommt es nicht bewusst ich täusche rechts an allerdings ja 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 oh mein gott okay ich bin nur noch dritter platz da kommt jetzt noch einige die unter unter viertel sind vor start ziel sind die jetzt ich habe nur noch elf leben und kommen als vierter durchs ziel die busse haben mich alle ich bin debailliert ein bisschen bisschen grün das kann sich aber lennart ja ich werde hin und her geschoben knappes ding ja vorsicht hier musste gut bremsen ok 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 kommt die machen wir jetzt fertig jetzt wird die nervös lennart ja lang die gucken in die noch einmal wenn die noch einmal bremst ist die haus haben wir den gefinisht wir haben den bus ja ja und der bus auch hat der bus gen gekriegt und habt ihr denn das weiß ich nicht wir haben den bus gekriegt wir haben auch wir sind eins und zwei ausweichen ich habe ich habe nach hinten guckt der bus ist auf und drauf und er geht auf mich und lässt grün vorbei das ist doch eine frechheit nein er ist nicht das wird der bus so einer ist das und vor sich tun er was ok das ok fiske ist lob wenn er dich halten hier fest das wenn wir den vor sich ja links 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 der kaputt die kann zu kriegen in der kurve ich muss aber jetzt haben wir das schweinunter gut gemacht Ich glaube, ich geh woanders hin, wenn ich so low bin, ich bleib hier, bleib hier. Mann. Wie viele Runden sind's noch? Ich lass mich hier ein bisschen. 4 von 5 ist es jetzt. Papa Platte ist 1 HP und Fishy ist low. Papa Platte nasch ich mir gleich. Ja, da komm ich vorbei, Honor. Ja! Die haben sich gegenseitig erwischt. Da gab's aber ein Sis, aber ich hab mir Sis bekommen dafür. Was ist hier los? Wird ja die Schrottseile weg? Bleib hier. Ich kann dir gar nicht zugucken, Toni. Bist du irgendwie mega außerhalb der Strecke oder so? Ne, ganz leicht außerhalb der Strecke, weil ich so low bin, dass mich keiner mehr kriegt. Ich überlege, ob ich mir jetzt... Auf Startziel werde ich glaube ich Christian finishen noch. Lennart, du sahst irgendwie falsch rum aus. Ja, ich sag auch gemacht. Wir haben gut Punkte geholt. Wir sind noch nicht... Wir haben noch gut was vor uns. Redux V, wie viel AP hast du noch? Anderthalb Balken. Ich überlege, ob ich mich jetzt frontal gegen den Bus schmeiße. Warum? Also gegen Christian, der ist low. Aber wir brauchen Runden, oder nicht? Ja, aber es gibt auch einen Finish. Hinter mir fährt, glaube ich, keiner mehr. Oh, 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 oh. Jetzt noch echt viele Ausdalo. Britischer Schaden. Nicht zurücksetzen, Christian! Ja. So stark. Darf man nicht zurücksetzen? Ja, doch, doch. Aber... Dalo hat quasi... Also wenn Christian zurückgesetzt hätte, hätte Dalo den nicht mehr X gekriegt so schnell. Sind das alles nur noch Wracks? Ja. Es fahren... Keiner mehr, ne? Ich hab nur 1,5 HP. Also 1 Hit. Es fahren noch Bram, Sturmi und Niklas. Und Toni versteckt sich. Den kann ich vielleicht bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den noch kriege. Der ist auch low. Ne, 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 musst du nicht riskieren, glaube ich. Okay. Ja. Ja. Das ist teuer. Toni, Vorsicht. Ob das ist wie low ich bin. Weiß nicht, ob es sich lohnt. Wie lange habe ich beide ins Ziel zu kommen jetzt noch? Bei Bram ist durch. Ah, knapp. Sturmi, Sturmi ist hinter dir, Sturmi ist hinter dir und der ist super low. Dalo. Sturmi ist hinter dir noch und der hat weniger als ein Ding. Ja, aber brauche ich nicht einzugehen. Also ich hatte gerade überlegt, ob ich bremse. Aber Toni, ich fahre rechts. Also du musst auch rechts? Ja. Ja. Du siehst auch gut aus. Ich habe zwei HP. Ja. 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 Oh nein, du Wichser. Ja. 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 101 haben wir gemacht. Sechste einfach noch geworden. Nice. Mit nichts. Ja, guck mal schon dreistell ich Runde eins, das ist durch. Ja, was wird ja, das bringt ja leider nichts. Okay, Rot hat gewonnen. Ja, die Punkte werden jetzt, wir kriegen jetzt einfach 5 Punkte. Ah, okay. Wir kriegen nicht den dicken Score drauf gerechnet. Auf geht's. Oh, wir starten weit hinten, aber grün ist auch am Arsch. jemand hinter mir kann ich links 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 super starker staat los der weiß glaube ich nicht dass man resetten kann doch aber du musst ja erstmal geschwindigkeit verlieren aber trotzdem weiter zu fahren hier vorne habe ich mal gedreht ach du scheiße sascha stadt falsch muss hier offroad fahren da kommt ein bau ist das ist wirklich krass da kommt der nächste bus der ist blau ja dann bin ich auf der rechten seite ich muss zurücksetzen teuer kannst du aber durchfahren oh das war ärgerlich ja was ist denn einfach so ein betonbusch was gibt es denn da zu lachen ja das sah lustig aus aber platte ist super low den habe ich ein paar maus ja ja der hat wirklich ein hp wenn du den sie ist der hinter mir ja der ist hinter uns wieder der willst aber er wird erstmal eine auswahl nehmen oder ja ja ach du scheiße ach du kacke ok vernünftig ist auch low auf der 1 durch lennart lennart hinterm steuer göttlich mein roh ich wurde richtig hat sich hat uns beide erwischt aber ich kann sascha sofort können vielleicht der ist direkt hinter der lennart ich wollte kevin mit mir ein preis also dabei jetzt haben wir den aber vor uns nein oh mein gott der kann doch kein auto fahren den krieg ich doch links 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 jeder davon ist kevin jetzt denn der erste grüne form schwerer links ich war rechts richtig ja ja fisch ist low fahr mal da rein oder ich habe versucht den nein aber das hat nicht geklappt wenn team killt einfach kevin das aber unfair ich weiß nicht ob ich den kill gerade bekommen habe wo ich kann jetzt aber fischig ich habe fischig wir haben noch eine chance grün macht nur grad punkte toni kann ich habe ich habe hier auf grün zu gehen ich habe gleich ein kleineschein grünen ist einer daumen ja wir müssen grün holen von grün tot mein auswertigen ist gerade auch ein gründer gestorben ich kassiere ja ich werde festgehalten er war nämlich rechts nancy ist gesagt starke busfahrer aber wir sind drei vier fünf gerade ich habe ich habe super viel glück dass ich immer nur vorne gerammt werde weil vorne hältst du ja doch eine menge aber wir können niklas da du kannst du dich lassen ja und habe ich und das ist manche in die ohrhoch gott war das kann okay wir haben mehr punkte mit zwei busen by the way aber verkehrt rum beide die sammeln auch keine punkte hinter dir ist force power dashcam low peter ja aber die zwei punkte sind glaube ich gerade mehr wert der zwei punkte die punkte für die zwei ich habe ihn komplett zerstört ich bin aber so raus ich tue so als wenn ich tot bin da kommt ein bus ich habe sechs ap ab durch die luke ich hab's auch geschafft oh nein jenny ist ganz böse jetzt einfach ein ziel da fahren doch nicht mehr viele da ist nicht mehr weit da fahren glaube ich auch nicht mehr viele ich weiß gar nicht mehr wo das war wo man sehen können weil man reif was noch busse und und ihr also ihr drei und drei busse glaube ich ja nur noch wie und so zu zweit wir haben ja das war eine gute runde auch wieder das war richtig gut vor allem im vergleich zu den anderen auch von punkten die werden noch punkte verteilt wohl wenn jeder wenn noch das einzige was du sagen könnte ist das brief dann wir über die ziellinie fährt also richtig rum aber noch war das reichzeitlich eh nicht mehr er macht das nicht wenn man bus fährt sind und jemand ist schon im ziel dann doch richtig rumfahren ja aber da muss man eine ganze runde schaffen also jetzt zum ende hätten wir noch nur auch der achte was zählte fürs übers ziel fahren stimmt auch ja also es geht also die achten zählen gar nicht oder was nur start ziel nur start ziel ja oder wieder dreistellig wo sind denn die anderen also die haben wir ja komplett deklassiert power dashcamp ist ein über die absperrung und dreifachen salto von der welt geflogen jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen ja wir werden glaube ich gefokust jetzt kann sehr gut sein hier kann man auch nicht gut dort schon auf der map oder wenn die brüste sich alle auf uns eingeschworen haben dann geht das schneller als du denkst ich fahr als erstes weg kann ich recht sehr ich kann recht wenigstens halt nicht von sepp angegriffen werden ich werde schon angegangen liegt schon quer was meintet ihr gerade mit loop ist besser oder so hat man dann war jetzt kannst du noch durch die looping fahren scheiße ich bin halb tot ich bin halb tot oh honor hat wirklich gewechselt guck mal kann man jetzt erst den hops nehmen oh vorsichtig ich hab die mir gewechselt ach so ja ja oh guys hops du schelbst Anna du kleiner Sack mach mich mal gerade drück mal links gegen ja ich war gerade an euch vorbei aber da hab ich voll in die fresse gekriegt ich bin gleich weg oh god ich mach den need for speed drift Lara ist sofort schon fast wo kommt Kevin denn her das war eigentlich ein ganz guter move wenn du selbst ruhig zurück ich komm mich durch den move hallo Lara Moment wo muss ich denn lang ist das akkurat ich bin was der cheatet oh Lara ist fast tot warte mal dann muss ich wirklich hier lang warte ich fühl mich fast die map ist komisch warum haben wir nur neun punkte weil wir keinen vornamen die ersten plätze geben so viel points ah scheiße das wusste ich nicht die aktion Dalu mit uns beiden am anfang die hat uns ja mal komplett also ich wurde aber auch komplett irgendwie da eingequetscht von zwei ja und ich bin auch links von dir gewesen zwischen dir und der wand oh 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 god jawoll nice hm äh ich bin die runde nicht gut weil ich nicht genau weiß immer wo ich langfangen muss überall irgendwie so ein bisschen trash die haben auch alle noch viel zu viel AP sieht nicht gut aus ich weiß nicht ob es was bringt sich die ganze zeit zurückzusetzen und quasi über start ziel oh nein immer wieder zu heizen keine ahnung aber kriegen wir vielleicht noch help oder so aber wir können Kevin betteln oh oh nein das habe ich Tony getroffen scheiße Kevin ist was tot die sind aber glaube ich alle durch jetzt die sind alle in der letzten Runde falls ihr Kevin anräumt dann den grünen Bus vor euch wir müssen Kevin töten oh komm Lennart jawoll hey Tony hoi den müssen wir doch wegkriegen den Klecksack oh god komm Nancy aus dem Weg ich mach Kevin jetzt weg die Sau gerade im entgegen wo ist der Bengel ich gehe jetzt auch nochmal auf Kevin komm nochmal drauf ja hier Nancy wir könnten Nancy noch hops nehmen hier wir könnten Nancy noch hops nehmen hier hat Kevin noch umgeschubst sowohl er tot ist komm Leute wir werden Nancy komm wir machen Nancy komm wir machen jetzt noch wenn wir Nancy noch kriegen hier komm mach nochmal hol nochmal Anlauf groß Peter haben wir oder ja ich glaube wir sind die Letzten die fahren Scheiße stimmt das muss ich nicht mit dem Placement das was so richtig ist ich mach Peter jetzt noch fertig ich fahr da ich fahr hier 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 jetzt hier geilen Sprung noch warte hier auf Lennart Hallo sind wir echt die Letzten 3 die fahren? ja war ja keine starke Runde ne das haben wir gut kassiert am Anfang ja er hat noch 20 Points gemacht das war sogar noch gut ja ihr habt die Demolitions gemacht ah Mist ich wusste nicht dass das mit dem Placement so wichtig ist naja also wer als erstes über start ziel fährt kriegt halt wirklich dick Punkte pro Runde ach echt schon durch das ganze ähm ja dann mach ich das so Dankeschön Peter okay ich steh unglaublich weit hin ich steh sehr schlecht zwischen grün und gelb ich werde auch komplett an die Wand gedrückt schon ja das hätte schlechter laufen können das war gut wir haben gut Plätze gemacht oh ich werde aber weggedrückt Team grün ist relativ es deckt hinter euch also inklusive Bus ich fahr schon rückwärts jetzt oh die Strecke ist kurz ach ne doch nicht da hatte ich jetzt so n Ding ne ne das sind so zwei Kurven oder so zwei Kreise mhm bumm das macht gar keinen Sinn im Mittelteil ist geil wie sieht es bei rot aus vorne ich habe schon stehen Plätze gut gemacht dritter und vierter gerade okay aber du kommst halt kaum ran oh guter jetzt schön das war stark das war stark Toni vorsicht bitte ja danke zweiter und dritter über das Ziel jetzt die erste Runde ja ne Honor hat mich reingeholt ach schade den hole ich nächste Runde ich habe noch gute Plätze gemacht zwar ein paar Punkte wenigsten mitnehmen oder nicht wir sind zwei und drei wieder ja ich komme langsam ran das ist so unheimlich wichtig die Kurven immer ganz eng zu fahren damit die Leute nicht innen weg rammen können ja ja auf jeden wer ist denn da vorne so schnell ich komme auch nicht ran naja Horstie Horstie ist schnell ich werde weder von nem Bus voll erwischt und das zählt ne das zählt noch ich bleibe davon das Bus Gameplay geht schon wieder los oh Papa Platte hat mich Hülse getroffen aber ich habe sie gehabt ich bin auch dritter ey das ist ein W ins Kevin 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 ist aber fast tot als Bus wir müssen irgendwie gegen Team Gelb vorgehen jetzt ja den vorne den kriegen wir nicht schön Tony aber das war schön ich schneiste mir voll den Fight jawoll da kommt Lara wir brauchen irgendwie Gelb also der Erste macht Dingpunkte Peters Erster der Erste ist nicht mehr Erster das kann gar nicht sein es muss ein Erster ja also ich bin jetzt Erster Tony nice wir haben 1 und 2 let's go ich wurde zerstört von Papa Platte was mit Lara los der geht nur auf also ey der geht nur auf Bodies Leute oh Tony bitte ramme ich dich ich bin nur noch 5. Leute das ist meine letzte Runde die ich mitfahre ich hab Angst oh Gott ich kann als Erster über Ziel sehr gut er hat sich gefinished man ich wollte mir Papa Platte holen Moment wie ging das jetzt weiter hier? kommt drauf an von wo du kommst ich wollte abbiegen um ein paar Mal Platte zu kill und hab jetzt hier die Strecke verloren ok Tony ich bin jetzt gerade ja Tony hinter Peter kommen 3 3 3 Leute Tony ich brauch Hilfe ich bin tot schade Tony tot Tony tot ich darf nicht Gabe den Kill geben mach dir noch Points ich muss Resetten ich mach noch Points ich werde ich bin One Hit also egal was ich berühre ich bin tot ich mach noch Punkte das war's mit mir das war's mit mir ich seh mein Ende ne alles noch im Rennen hau ab hau ab vernünftig ok ich fahre jetzt über das Ziel nochmal ich bin 3 Runden als Erster über das Ziel gefahren komm schon das können wir hinkriegen Hilfe egal egal lieber von Blau getötet als von Gabe ich schaffe es auch nochmal über Start Ziel blau holt noch Punkte ich krieg jetzt aber auch nochmal einen Punkt kann ich denn hier gute Kamera mit Scorebord aber der eine Hit von Lara der war böse blau fährt sogar noch oh Nancy raus oh wir haben 78 wo siehst du die Punkte wenn du im Speck bist äh wenn du Spectator bist musst du Hutverbergen ausmachen das ist standardmäßig an äh wo mach ich das äh große Button der vierte von rechts ah da danke ja reicht das reicht das reicht sauber geil also die ganz große Rampe ne ich fahre mit Full Speed runter bin in der Luft und er nimmt mich wie so ein Stier von vorn und haut mich in den Ebene Lennart machen wir bereit hier dann geht weiter ja 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 ich muss noch checken oh oh mann kann ich rechts? kann ich rechts? ja oh blau ist aber auch lackermäßig ich häng die Runde erstmal wieder ich hab hinten ich bin letzte Reihe mit zwei Bussen ich steh noch ich fahr jetzt los ich hab ein Bus quergestellt ja ich setz nochmal nach damit er nicht resetten kann jetzt hat er nochmal 50 Kunden ich spuscht diese Runde scheiße wir sind komplett am Arsch jetzt müssen wir abrichtig wir müssen pushen ich wurde rausgedrückt ja zu sehen da aber auch ich bin so weit hinten ich seh Peter gerade ja ich bin Elfter hinter dir noch die Strecke ist super der Bus hat aber auch ne gute Lenkung ich hab einige Plätze gut gemacht sehr gut ich bin zweiter let's go Funktion Maker okay komm Peter was machen wir jetzt? wie hauen wir die da alle raus? besser fahren die hauen sich selber raus die Dullis ja stimmt ja 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 und rum Peter und rum jawoll oh Lara ist tot ich hab Lara tot jawoll ich werd gedreht ich werd gedreht Peter ich werd gedreht ich werd angegangen es wird immer schlimmer hier ich bin bleib rechts ich bleib rechts ich bleib rechts oh scheiße ja auf der anderen Seite war Nancy alter Schwede was war Jen denn da? fahr mal den Bus Jen oh wir sind aber gut weit vorne gerade wir machen Punkte ich bin genau hinter euch ok mein dritter vierter fünfter ja das ist doch gut und die Busse haben sich beide auf Bram konzentriert was gut ist oh ich hab ganz übel kassiert und wieder ah ich bleib links ich bleib links oh ich wurde so gesaved oh Bram hat mich gut erwischt alles gut was ist jetzt die schlimme Kurve der ah die Busse fahren so schnell an ok 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 wie siehts bei euch aus? ich hab für diesen Horstashcam jede Runde einmal getroffen sehr gut Tony ja passt 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 danke ich hab einmal den ersten Platz gemacht oh da stehen da stehen ein paar noch mal Fischkorb hast du auch noch gekillt gerade? ne nicht gekillt wir werden gerammt von hinten wenn wir zu langsam sind da kommt was oh ja Bram hat mich erwischt oh nein oh nein ich bin mausetot aber passt noch Christian mach nochmal kurz Pause Tony kriegst du jetzt nochmal Gabe da vorne kriegst du nochmal Horsepower der ist Vorstart Ziel ok Moment ja sollte ich wenn du den nochmal erwischt das wäre Gold wer der kommt jetzt schade nein Schade ich konnte leider nicht mehr ausweichen sorry Abram nochmal wenigstens abgehalten nein ich bin auch tot nein ich bin too much ich bin im Ziel ich bin im Ziel weil dann haben wir es eigentlich als siebter ich glaube schon dürfte sogar wirklich so sein ja klar ja schade da hab ich nicht gerechnet ey boah der hat den hat nochmal erwischt und er ist nicht ins Ziel oder und er ist Fischkorb schade das reicht oder wir haben es gelb gelb vielleicht wenn die noch einen finischen ne fünf Sekunden noch ja die müssen nur ein Auto haben ne ist durch nice boah alter Vater ey spielt mit meinen Gefühlen wieder gut sauber gut dabei gutes Team stimmt aber wirklich du hast zwölf Punkte mit dem Bus gemacht du ne ihr habt keinen Punkt ja doch doch vorher hattet ihr zehn jetzt habt ihr elf geht mal wieder rein das klären wir gleich los oh da wir sind 1,2 let's go kann ich links kann ich links ok ok Leonard wie fahren wir das hier ich block die erstmal fahr du durch ja in die Strecke halt noch nicht ich glaube ich muss oh da ist das eine ganz wilde Kurve ich fahr die alle zum ersten Mal du bist geil durch komm ich auch ja das war nicht schlecht wie sieht das Bild aus oder das ist das u ich bremse böse rein ja sind wir weg ich werd genommen nee ich hab's gedutscht wo ist Peter 5 ohne wie viele Leute fahren schon rückwärts äh ich glaube fast keiner wir sind glaube ich einmal rum wenn keiner rückwärts fährt wäre das krass ich halte mich dann rechts wenn ihr alle vorne seid halte ich mich rechts bis ihr vorbei seid ja jetzt kommen Leute ja dann und wann ist Startziel Jens und da kommt ein Bus ja hab ich ausgetrickt ich auch ja ok 1,2 und 4 kommen wir über die äh über die Schöne jetzt können wir die eklige oh das sah nicht gut aus ne alles noch ok der Bus hat mich aber dafür nicht erwischt der hat nen Team-Attack gemacht ja der Bus hat mich voll erwischt ich glaub du battelst da grad mit vernünftig der ist frech der ist ekelhaft ja ja wenn der jetzt bremst ist der aber erst mal wieder macht er wieder Pause bleib wieder rechts ja oh wenn du den gelben erwischt wär geil ne 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 mach keinen also mach nicht nicht riskierend dann musst du durch ok Leonard bin wieder hinter dir naja ich zieh jetzt durch ich hab die Map im Kopf jetzt bin ich da ich geh auf PB da kommt noch ein Bus jetzt ja boah knapp Slara gut ausgewischt der muss voll ja ja der muss voll ja schön durch die Reise ja wieder 1,2 auf geht gelbe Bus hat Teamkill gemacht verbrecht 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 ich geh links ich geh links ja und ich geh rechts oh ich wurde so erwischt ist noch im Rennen oder nicht ja der hat mich auch ich werd gut gedreht ich krieg richtig gut Schaden ich krieg mehr Schaden jetzt gehen alle auf mich alle drei Farben wollen mal aber ich revanchier mich erstmal kurz ausreich Maschine ok Niklas wurde aus dem Game genommen vom Bus ja der ist aber noch dran ich bin dran ja ne ich meine halt aus dem Game der Top 3 den hol ich mir mit dem hab ich noch eine Rechnung unterbrecht ja Tony nimm mal ein hast du die beiden blauen hier holen sauber Christian weggemacht nice nein es ist so schön hier los ich hab das war grad ziemlich gut ich komm wieder als erstes rein nein vielleicht nicht antäuschen links zieht nicht ich komm dadurch als erster rein ja ok aber ich bin zweiter wenn da die Ziellinie ist ja ok das war gut das ist ok das nehmen wir ich bin leider zu weit von der Strecke abgekommt das sieht aber saugut aus das können die eigentlich nicht mehr auffallen oh das könnte sogar sein dass ich Nancy jetzt erwischt oder du Tony vielleicht kannst du Nancy killen hey yes du bist tot du kommst aus der MPD als Sturmwaffe Sturmi du hättest aus der Map geflogen hast du schön Tony ich nehm nochmal nach komm wir holen Onna hol Onna ne nicht ja komm ich geh komplett auf Onna jetzt warte wir haben es hier es gibt Onna noch ne der ist da noch der hat ein HP jetzt der wird die Runde nicht mehr überleben der wird jetzt nochmal von Christian geholt hier ich hab dich geguckt ich bin tot guck auf den gelben Bus das ist Paul der ist auch fast tot ja Onna noch holen oh oh es gibt Probleme Leonard du bist nicht tot ich bin tatsächlich tot mein Auto da ist ich bin nur noch ein Reifen Leider da ist doch alles drin wie lebe ich da noch ja so Lara ist vielleicht knapp ihr habt ungefähr gleich viel ab ihr seid ein bisschen mehr ich geh für das Draw wenn ich Lara jetzt voll von der Seite erwische ja ja nice stark sehr stark ich hab gar nichts abgezogen kann das sein kann das noch nicht mehr voll und was kaputt geht kann das auch schon alles weg das ist noch nicht die Ziellinie du Trollow ich bin voll drehen boah haben wir gut Punkte gewonnen alle von uns 30 und Toni hat halt auch wieder 12 als Bus mega gut mega gut mega gut aber dass